Punkt 3.4.2 Häusliche Gewalt im Islam Es geht um das Abschneiden von Nase und Ohren, das Ausstechen von Augen, das Verstümmeln mit Salzsäure, das Kahlscheren von Kopf- und Augenbrauen, um Gruppenvergewaltigung als Strafe für eine von der Familie des Opfers begannene Verfehlung, das Erdrosseln oder Erschießen einer Schwester oder Cousine, die sich nicht so verhalten hat, wie es vorgeschrieben ist, oder das Verbrennen einer Schwiegertochter oder Schwiegerin bei lebendigem Leib. § 223. Die Schlussfolgerung, Armut und Mangel an Bildung sind Ursachen von Gewalt. § 224. Es ist ein optimistischer Glaube an die heilsame Wirkung von Bildung und Aufklärung. § 225. Das alles bringt einen Bürgermeister zu der Warnung, dass er persönlich jedem Jungen die Knochen brechen werde, der Mädchen belästige. § 226. 227. Als Grund wird gelegentlich ein zugerinner Trautschatz oder das Fehlen eines Sohnes angeführt. § 228. Ein alter Mann, dessen Frau ihm als junges Mädchen verkauft wurde, pflegt sie erbarmungslos mit einem Stock zusammen, weil sie es wagt, ihm zu antworten. § 229. Zur Rechtfertigung führt er seine Religion an. § 231. Sie behandeln das neue Familienmitglied wie eine Sklavin. Sie treten, schlagen und verbrennen sie. § 232. Zum Glück gibt es auch andere. Die Frauen, denen so etwas widerfährt, auffordern, sich gegen diese Gewalt zu wehren. § 223. § 223. Gebildete pakistanische Männer geben aber oftmals westlichen Organisationen wie dem IWF oder der Weltbank die Schuld an diesem Übel. § 234. Diese Organisationen seien für die Verbrennungen, die Ehrenmorde und die Ausbeutung der pakistanischen Frauen verantwortlich, weil sie die heutige Situation aufrecht erhielten. § 235. 236. Statt den Frauen Geld zu geben, gäbe sie es den offiziellen pakistanischen Instanzen. § 237. Diese seien völlig von korrupten, feudalen Grundbesitzern und korrupten Militärs beherrscht, die das Geld in die eigene Tasche stecken. § 238. Allerdings sind die Gründe für die Gewalt gegen Frauen im eigenen Haus zu suchen und nicht jenseits der Landesgrenzen. § 239. Das zusätzliche Unterhaltungselement für diesen Unterpunkt zielt darauf, Frauen den Mut zu geben, sich gegen eine solche Unterdrückung aufzulehnen oder sie zumindest zum positiven Schmunzeln zu grünnen. Darauf wird im Anhang Musikproduktionen mit dem Unterpunkt 4 Frauen sind das Beste dieser Welt verwiesen. Anhang Musikproduktionen Punkt 4 Frauen sind das Beste dieser Welt Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Ghost mit dem Titel Reverie Small Team Frauen sind das Beste dieser Welt Mischte zu bezahlen mit viel Geld Frauen sind das Beste dieser Welt Alles was aus dieser Welt noch zählt Frauen sind voller Gefühl und zart und bleiben dennoch immer stark Diplomatisch süß charmant In der Welt sehr wohl bekannt Das Beste was einem Mann passieren kann Frauen sind das Beste dieser Welt Mischte zu bezahlen mit viel Geld Frauen sind das Beste dieser Welt Alles was auf dieser Welt noch zählt Sie stecken oft zurück Für ihres Mannes Glück Halten alles fest zusammen Fraglich wie wir ohne sie auskamen Gut wenn wir eine von ihnen bekamen Frauen sind das Beste dieser Welt Frauen sind das Beste dieser Welt Mischte zu bezahlen mit viel Geld Frauen sind das Beste dieser Welt Alles was auf dieser Welt noch zählt Wenn eine Frau die mit deines Herzens trifft Weißt du erst was Liebe ist Wir dürfen sie nicht unterdrücken Sie höchstens zärtlich an uns drücken Denn nur durch sie kann unser Leben glücken Frauen sind das Beste dieser Welt Mischte zu bezahlen mit viel Geld Frauen sind das Beste dieser Welt Alles was auf dieser Welt noch zählt Behandelt eure Frauen gut Und habt auch gerne den Mut Jeder Zeit für sie einzustehen Dann werdet ihr bald sehen Glück ist wenn sie zu euch stehen Frauen sind das Beste dieser Welt Mischte zu bezahlen mit viel Geld Frauen sind das Beste dieser Welt Alles was auf dieser Welt noch zählt Mischte zu bezahlen mit viel Geld Mischte zu bezahlen mit viel Geld Und hat nur mit viel Geld Mischte zu bezahlen mit viel Geld